Das ist eine zeitgesteuerte Station eines Nachtkisches. Ein Mikrocontroller wertet das Signal des Funkweckers aus. Der Mikrocontroller ist so programmiert, dass dreimal im Abstand von 5 Minuten diese Ansage kommt. Alternativ oder zusätzlich könnte auch ein Blinken, ein Laser oder eine 7-Segment-Anzeige aktiviert werden. Dieser Text ist nur ein Beispiel. Natürlich kann diese Ansage einfach ersetzt werden. Dazu nur ein anderes MP3-File auf das Modul aufspielen. Aber es ist natürlich auch schön, durch meine erotische Stimme jeden Morgen geweckt zu werden. Das ist eine zeitgesteuerte Station eines Nachtkisches. Ein Mikrocontroller wertet das Signal des Funkweckers aus. Der Mikrocontroller ist so programmiert, dass dreimal im Abstand von 5 Minuten diese Ansage kommt. Alternativ oder zusätzlich könnte auch ein Blinken, ein Laser oder eine 7-Segment-Anzeige aktiviert werden. Dieser Text ist nur ein Beispiel. Natürlich kann diese Ansage einfach ersetzt werden. Dazu nur ein anderes MP3-File auf das Modul aufspielen. Aber es ist natürlich auch schön, durch meine erotische Stimme jeden Morgen geweckt zu werden. Das ist eine zeitgesteuerte Station eines Nachtkisches. Ein Mikrocontroller wertet das Signal des Funkweckers aus. Der Mikrocontroller ist so programmiert, dass dreimal im Abstand von 5 Minuten diese Ansage kommt. Alternativ oder zusätzlich könnte auch ein Blinken, ein Laser oder eine 7-Segment-Anzeige aktiviert werden. Dieser Text ist nur ein Beispiel. Natürlich kann diese Ansage einfach ersetzt werden. Dazu nur ein anderes MP3-File auf das Modul aufspielen. Aber es ist natürlich auch schön, durch meine erotische Stimme jeden Morgen geweckt zu werden.